Musik Herr Leute, diesmal habe ich den zweiten Band von Black Widow dabei, der aktuell laufenden Serie natürlich. Die Reihe macht mir auch wirklich Spaß und auch der zweite Band ist weiterhin sehr gut. Ja, zuletzt stand es für unsere Top-Agentin nicht besonders gut. S.H.I.E.L.D. hat sie als Verräterin abgestempelt und ja, zusätzlich wurde sie von einem Typen namens Weeping Lion erpresst, der an viele ihrer Geheimnisse herangekommen ist. Ja, und somit hat sie viele Probleme. Sie ist auf der Jagd nach diesem Weeping Lion und gleichzeitig muss sie sich vor S.H.I.E.L.D. verstecken. Aber natürlich wäre das vielleicht für eine Top-Agentin wie Widow noch schaffbar, mischt sich auch plötzlich der Red Room wieder ein oder besser gesagt der Dark Room. Die ehemalige Direktorin des Red Rooms, die auch Natascha einst ausgebildet hat, hat auch seine Hände nach Widow wieder ausgestreckt und möchte ihrer Habhaft werden, weil sie das ganze Black Widow Projekt wiederbelebt hat, nur unter dem Titel Dark Room. Ja, Widow hat es mittlerweile geschafft, auch den Weeping Lion zu stellen, stellte sich auch noch heraus, es gibt nicht nur ein Weeping Lion, sondern zwei. Der eine ist ein riesiges Muskelpaket, was nicht sprechen kann und der andere ist dessen Bruder, der über telepathische Kräfte verfügt, also Gedanken lesen kann. Ja, und Widow zwingt nun wiederum diesen Weeping Lion, also den telepathischen, für sich zu arbeiten, um nun den Dark Room aufzuhalten, ein neues Black Widow Programm zu starten. Aber leider ist dieses Programm schon in vollem Gange und verursacht mehr als nur einmal Chaos. Denn, ja, als Widow und Weeping Lion nun die Direktorin stellen wollen, erschießt sie sich kurzerhand selbst, einfach aus dem Grund, damit Weeping Lion nicht an ihre Geheimnisse herankommt. Denn sie hat bereits all ihre kleinen Spinnchen hinaus in die Welt geschickt, um eben, ja, Auftragsmode zu begehen. Äh, Weeping Lion schafft es zumindest noch, äh, zumindest augenscheinlich, noch einige Bruchteile, äh, ihres Wissens in Besitz zu nehmen. Und daraufhin brechen nun die beiden auf, die Mädels einzusammeln. Hierbei kommt aber auch, wie immer, alles anders, als man denkt, denn Weeping Lion macht weiterhin, äh, sein eigenes Süppchen braun. Und, ja, zusätzlich, äh, hatte die Direktorin auch noch eine Tochter, die auch eine Black Widow ist. Und zwar nicht so, äh, gut wie unsere Natascha, aber die sich natürlich, äh, die natürlich jetzt in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt und natürlich auch diese Kinder in Besitz bringen will. Und so beginnt natürlich für Natascha ein Wettlauf, äh, ja, mit der Zeit eben Schlimmeres, äh, zu verhindern. Ja, ähm, der Band macht in vielerlei Hinsicht Spaß, äh, auch der klassische Nick Fury kommt zurück, ähm, aber eben nicht wie wir ihn kennen, sondern eben, ja, wie es, äh, nun mit ihm weitergegangen ist nach Original Sin. Auch sehr interessant, er ist nämlich der neue Beobachter, aber, äh, bei Weitem nicht so knuddelig wie der unsere Alter. Äh, äh, auch, äh, der Winter Soldier ist wieder dabei und, ja, funktioniert auch, äh, sehr gut, ähm, aber trotz allem habe ich da wieder natürlich, ähm, ja, meinen Meckerpunkt auch zu sehen, was bei Mark Waite ja auch kaum verwunderlich ist. Beim ersten Band hatte ich nichts zu meckern, beim zweiten habe ich es wieder zu meckern, denn was mich bei Waite halt generell stört ist, er bearbeitet nicht zufriedenstellend, äh, die Vergangenheit auf. Äh, er missachtet einfach alles immer, was vorher war. Bei Black Widow hat das natürlich im ersten Band nicht gestört, weil bei Black Widow einfach nicht allzu viel Background ist. Bei Daredevil ist mir das von Anfang an sehr negativ aufgefallen. Er hat zwar nach hinten hin zwar auch ein bisschen die Kurve gekriegt, der Raid, äh, bei High Cutter ist er aber komplett alles bis zum Schluss missachtet, sodass es daraus nur Rotz wurde. Ja, hier ist es nicht so schlimm, dass ich so mich aufregen kann, es ist nur eine Kleinigkeit, denn, äh, im Winter Soldier Megaband, der noch von Ed Pruebaker stammt, im ersten, es gibt zwei, äh, auch einer der wenigen Megabände, äh, die zu Marvel erschienen sind, mit dem, mit denen ich zufrieden bin, denn hier sind ganze 14 US-Ausgaben drin, ne, das ist bei den Marvel Megabänden eher selten, dort haben wir immer so ein, so 10 bis 11 und das war's meist, wenn man Glück hat, mal 12, also, ich bin bei Marvel immer mit den Megabänden recht unzufrieden, aber der hier hatte mich von Anfang an zufriedengestellt, äh, ist es, äh, gab's eine Folge, dass man an Nataschas Gedächtnis rumgespielt hat, und sie daraufhin ihre Beziehung zu James, äh, komplett vergessen hat und auch Bucky gar nicht mehr erkannt hat, also auch nicht mal mehr wusste, wer Bucky überhaupt ist. Ja, das wird nicht komplett ignoriert, ich würde lügen, wenn ich das jetzt behaupten würde, äh, aber es wird zum Beispiel ignoriert, dass, äh, Natascha sich gar nicht mehr an Bucky erinnern konnte, das wird komplett ignoriert, ne, Es wird also schon dargestellt, dass die beiden sich kennen, kann man jetzt drüber streiten, ob das einfach in der Zwischenzeit, äh, irgendwo auch wieder stattgefunden hat, könnte auch sogar gewesen sein, ich bin mir mit Original Sin nicht ganz sicher, wie weit Black Widow da auch mit eingewebt war, ja, und es wird auch nicht vergessen, eben, dass sie, äh, ihre Beziehung vergessen haben, äh, aber, äh, es wird eben darauf eingegangen und versucht, diese Sache eben wieder zu lösen, ähm, aber es wird eben mit nur einem einzigen Satz sozusagen abgehandelt, ähm, Natascha stirbt augenscheinlich, äh, äh, Bucky macht eine Wiederbelebung, danach darauf hin, äh, freut sich natürlich Natascha am Leben zu sein, gibt, äh, Bucky einen Kuss, ja, und dann kommt eben wirklich, äh, die Ansprache von, äh, äh, Bucky, wie, wie du mich wieder James genannt hast, net hat dir Laien die Erinnerung zurück an unsere, dann Unterbrechung, nicht so wichtig, aber nicht mal du kannst mir was verheimlichen, also, es wird, ja, meiner Meinung nach nicht zufriedenstellend aufgeklärt, wieso, weshalb sie sich nun erinnern, natürlich könnte, äh, der Weeping Laien damit, äh, drinnen rumgefuhrwerkt haben, aber, äh, das Gefühl habe ich halt eben nicht und es wird eben wirklich jetzt damit so versucht zu erklären, dass eben James nichts für ihr verheimlichen kann und irgendwie finde ich das eher unbefriedigend, also, da habe ich einfach mehr Hoffnung drauf gehabt, ja, und finde das dann eher enttäuschend, ist aber auch wirklich das Einzige, was ich an diesem Band enttäuschend fand, wie die beiden nun eben, äh, sich wieder, äh, wie die beiden nun wieder aufeinander zukommen, okay, also, sonst bin ich wirklich zufrieden, das Ding hat auch mehr als nur eine überraschende Wendung parat, was dieses auch wirklich wieder gut macht, also, Wade hat hier sehr gute Arbeit gemacht, generell, solltet ihr auch mitgekriegt haben, mittlerweile bin ich kein großer Wade-Fan, ich war sehr begeistert in den 90er Jahren von seinen, von seiner, von seinen Capcomics, zumindest denen, die in Deutschland veröffentlicht wurden, die es ging ja auch dann noch in den frühen 2000er weiter nach, ähm, Wiedergeburt der Hellen, das habe ich alles sehr gemocht, ähm, aber seit er nun mal an Daredevil und Hike geschrieben hat, ist er für mich sozusagen ein rotes Tuch, ähm, ich weiß, ich hab damit auch dann immer mal wieder, dass ich mit Leuten aneinander ecke, vor allem, wenn ich mich auf Daredevil beziehe, aber mich hat halt von Anfang an bei Wade gestört, er missachtet eben gerne alles, was zuletzt passiert ist, äh, und das wirklich auch konsequent, äh, hier ist das natürlich alles nicht so das große Thema, weil Black Widow einfach nie so eine Serie war mit extremst viel Background, es sind immer nur ein paar Miniserien gewesen und dementsprechend hat er hier relativ freie Hand und dementsprechend kann er da auch frei agieren und muss nicht so viel Background, äh, beachten. Bei Daredevil war das natürlich das ganze Gegenteil, da ist nun mal seit Kevin Smith so viel passiert und er hat das alles, äh, einfach so ignoriert und nicht weiter beachtet, sogar die Sache, dass DDS Identität eigentlich bekannt war, ja, äh, hat irgendwie keine Rolle gespielt, ähm, auch Shadowland wurde einfach, es wurde mit zwei, äh, mit zwei oder drei Seiten, äh, so nebenher abgehandelt, ähm, und es war alles eher unzufrieden, äh, also nicht zufriedenstellend, wie er das bearbeitet hat. Bei Daredevil hat er aber nach hinten hin, äh, noch die, äh, die Kurve gekriegt, muss ich dazu sagen, also gerade das, was in den Megabänden veröffentlicht hat, äh, wurde, hat richtig Spaß gemacht, aber, äh, man hat das so ab Band 4 gemerkt, dass die Reihe immer, äh, stetig wieder besser wurde und auch zufriedenerstellender, aber eben wirklich diese Aufbearbeitung der Vergangenheit seitens Welt gefällt mir gar nicht und bei Hulk, äh, war das ganz schlimm, also es wurde überhaupt nichts beachtet und dann eben auch knallhaft vor die Wand gefahren, also ich finde, das ist auch das Schlechteste, was Wade bisher abgeliefert hat und das sind auch so Sachen, wo ich mir jetzt auch gerade den Kopf mache, weil hier, das hat Wade gut geschrieben, das zeigt, er kann auf alle Fälle so Agenten-Thriller schreiben, nur übernimmt er bald Captain America und hier spürt man, dass er zumindest das Gefühl dafür hat, sowas zu schreiben, aber wenn er dann eben auch all das ignoriert, was die letzten Jahre bei Cap abging, ne, vor allem jetzt die Nazi-Sache zum Schluss oder eben davor sein Tod und, äh, Falcon als Cap und Winter Soldier als Cap, wenn das konsequent ignoriert wird, ist das am Ende wieder etwas, wo ich dann eher unzufrieden sein werde, ne, ähm, denn für mich ist es nun mal ein großer Kosmos und es muss auch alles irgendwo miteinander verknüpft sein, einsteigerfreundlich hin oder her, man kann die, kann und darf einfach die Vergangenheit nicht komplett außer Acht lassen und das macht Wade halt eben immer wieder gerne. Wie gesagt, hier ist das nicht störend und solche Serien kann er gerne zuhauf beschreiben, Serien, wo er eben nicht sich um den Background kümmern muss und einfach seine Geschichte schreiben kann, und das scheint ihm zu liegen, da kommt echt geile Sachen bei raus, das merke ich hier, also es ist wirklich richtig, äh, genial und ich hätte auch nichts dagegen, wenn, äh, da noch mehr, äh, zu Black Widow jetzt von ihm käme, ich bin zwar auch froh, dass die Serie eingestellt wird, einfach weil ich, ähm, ja, äh, so viel sammle, äh, dass ich froh bin über jeden Titel, der eingestellt wird, den ich dann eben weniger in meiner Sammlung hab, weil, äh, zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, es erscheint pro Monat zwölf bis vierzehn, äh, solcher Bücher, die ich haben möchte, nur seitens Panini, äh, bei Costco sammle ich eigentlich nur eine Serie, würde da aber auch gerne noch ein paar Serien mehr sammeln, ne, außer Revival, aber ich, da hänge ich auch bei Band vier, wir sind bei Band sechs und Band sieben, ah ja, Walking Dead sammle ich auch noch, aber das krieg ich im Abo, die, äh, Softcover, aber es zählt jetzt mal nicht so, ne, äh, und ich würde eben, ne, und ich komme da nirgendwo mehr hinterher, ich hab, äh, im Monat kann ich mir knapp acht bis maximal zehn Bücher äh, gerade mal kaufen, merk, mehr ist nicht drinnen finanziell und wenn dann aber weitaus mehr im Monat erscheint, merk dir, bekommt man Probleme, darum hänge ich auch immer mit allem eher hinterher und bin nie up to date mit dem, was ich hier zeige, ich zeige ganz selten irgendeinen Titel rein, der gerade in diesem Monat erschienen ist, weil ich es einfach nirgendwo finanziell unterkriege, es geht gar nicht, ich hänge immer hinterher, weil ich nicht nachkomme, ne, weil, äh, irgendwann hat sich das eingependelt, ich hatte irgendwann einen Berufswechsel drinnen, wo ich dann aber erst Mitte des Monats Geld gekriegt hab und hab da ankam dieser, äh, und dementsprechend auch einen Monat eben, äh, ohne Geld überbrücken musste und dementsprechend hatte ich einmal, wo ich kauze, und seitdem hänge ich eben generell einen Monat hinterher und ich komme nie wieder so auf Lage, dass ich irgendwo mal sagen kann, ich bin aktuell, außer natürlich bei den Heften, die ich größtenteils eh im Abo kriege oder am Kiosk hole, ne, ähm, aber das ist so mein großes Problem, also bin ich wirklich froh, wenn das die Serie eingestellt ist, aber Wade hat hier bewiesen, er kann doch noch schreiben und auch gut schreiben, ähm, ja, wie gesagt, mit der Aufbearbeitung jetzt um die Beziehung von Winter Soldier und Natascha bin ich jetzt nicht so zufrieden, ne, da hätte man einfach mehr drauf verwenden können, aber ansonsten hat dieser Band wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht, kann natürlich nicht ohne den Vorgängerband gelesen werden, das ist also eigentlich wieder eine Comic-Story, aber ich fand sie wirklich genial, ne, und wenn Wade so schreibt, ist das gut. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare, äh, schreiben, wie er sich so bei den Rächern schlägt, die Reihe habe ich komplett ausgelassen, aber gar nicht wegen ihm, ich habe nicht mal gewusst, dass er Autor ist daran, ich habe die ausgelassen, weil mir Hickman's Run, äh, nicht gefallen hat, äh, worüber man sich, äh, viele auch wieder andere Meinungen sind, aber ich kam damit nicht wirklich klar, ähm, und dementsprechend habe ich dann die neuen, äh, äh, die neue Serie ausgelassen, mich hätte zwar jetzt die Champions interessiert, aber man hat einfach Ausgabe 13 nicht bekommen, wo ja die Champions losgingen und dementsprechend habe ich die Reihe dann eben dann doch gelassen und hoffe natürlich, dass Panini für die Champions, äh, dann auch, äh, Sammelbände rausbringt, kann man sich natürlich bei solchen Zweitserien immer nicht drauf verlassen, aber ich hoffe es trotzdem, aber ihr könnt ja mal reinschreiben, ob er, wie er sich dort mit dem Background, äh, sich bei ihm verhält, natürlich ist es dort auch noch das Gute, er hat da auch nicht auch ein Team, sag ich mal, bei dem nicht so viel Background, äh, zu behandeln ist, ne, zumindest wie es am Anfang war, Falcon, äh, Miss Marvel, Miles, Nova, alle Figuren, die relativ neu in ihren Rollen sind, ne, der weibliche Tor, wo es auch nicht so viel Background gibt, da kann, denke ich, kann da gar nicht so viel, äh, schief machen, also könnt ihr mir mal wirklich reinschreiben, wie da das Gefühl für den Background ist, nicht für die Storys, ich glaube, das kann er ja an sich, äh, auch unterhalten, schreiben, aber wieso das Gefühl für das Background ist, das würde mich interessieren, so, Video ist viel zu lang, wir sehen uns beim nächsten Mal, tschüss, Leute!